der kann aber weit springen hier herstellen okay jetzt haben wir eine arznei hergestellt drücken sie kuh um ihr überlebenssinn zu benutzen stimmt ich habe ja sowas ähnliches wie ein adlerauge hier das ist ja geil du kannst ja in die waffen mods reinsetzen das hat so einen leichten flair das hier mit den kästchen wie bei destiny oder es ist es gut war das gefällt mir sehr hier mit diesen ausrüsten und so im inventar dass das gefällt mir das schön bei sein und bei sein na guck mal her kriegst du mit der ersten mal mit der keule level einsam bei so bam mal bam auf die wegfliegen oder kann ich nicht mit anluft und dann oder das fühlt sich gut an leute das fühlt sich gut an also der erste eindruck ist doch geil eigentlich oder zombie apokalypse geht ja immer alter wie viel zombies hier drin sind das sehe ich jetzt erst mal alter wenigstens ob sie noch am leben ist sie ist am leben ganz trocken sie ist am leben du hast mich nicht gesehen irgendwo hier sind ganz viele zombies diesen sprung mache ich hier ja halt dich fest genau nein 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 du bleibst schön so wie du bist ich brauche eine taschenlampe guck nicht so lange in die dunkelheit rein einfach oder geh durch die tür du irgendwas jetzt macht er laut hier kommt gerade was hast du was 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 also wenn man das mit dem bloggen raus hat geht das ganz gut finde ich zusammenstehen jetzt so ja bam genau die hufe aus dem gesicht dreschen ok weiter über du verdammtes schwein Tja, und nu? Oh mein Gott. Hatte ich ohnehin vor, Mann. Hatte ich ohnehin vor. Hopp, 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 hopp. Hier, Captain, äh, ja, la, 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 la. Oh, der bewegt sich noch. Scheiße, woher willst du wissen, ob du mir vertrauen kannst? Hatte ich sonst umbuchse? Ich weiß halt jetzt nicht, ob das so gut ist, wenn ich mir die Taschenlampe hier rumhantiere. Ich hoffe, dass die mich jetzt nicht sehen, wenn ich hier drüber habe. Eine Menge Infizierte. Ach nee, Alter, mach dich weg. Alter, wie viel sind denn das? Die müssen mich komplett verarschen, Alter. Oh, pack. Was machen wir denn da jetzt, hä? Nenn mal einen Schlüssel, mein Guter. Der ist jetzt hier hochges... Hochgeslider, der Typ. Ach so, kann er auch haben, okay. Nein, dann, Abfahrt. Ei, ei, ei. Ach du Scheiße, was geht denn hier ab, Mann? Komm schon, spring. Ja, natürlich. Anstatt zweiter Vorzug gehen, bleib doch drauf stehen. Lauf doch, du Affe. Oh, nee. Und tschüss. Oha. Geräuschlos durchgehen. Das sind ein bisserl welche. Ich bin versteckt, du kannst mich gar nicht sehen. Hau ab. Ausdauer, das, das, das. Ausdauer. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass gleich dieses Kopfscher 4 kommt. Harkon, wo bist du denn? Ja, chill jetzt mal deine Mapse bitte. Ich will ja auch noch ein bisserl was looten, ne? Also so ist es, ne? Alles okay bei dir? Ach, Quatsch. Alles gut. Brutal. Oh, hä? Was war jetzt was? Was war das denn? Was war denn das denn? Was haben wir denn hier? Ein Pilz einleuchten, ja, nimm mal mit. Das sieht so geil aus, ne, eigentlich. Ich habe sie just gut umgesetzt, das Spiel. Was ist das ja alles aus? Und das sind die Stadtteile, ja, oder was? Verstehe, verstehe. Ja, bin ich? Wie rette ich dich? Das sind aber jetzt Level 2. Ja, wie denn? Nein, du? Ah. Wir müssen uns zusammenhalten in der Apoklöpse. Es sind noch ganz schön viele Zombies, ne? Selbst am Tag. Niedergemäht, würde ich sagen. Oh, du kannst ja auch auslöbend Sachen bekommen dadurch. Schön. Dich, Eierkopf, kenne ich doch. Ich habe dich nur befreit. Nein. Fuck, Alter. Fuck. Voll durchgehobbt, ey. Oh, Dreck. Ja, da kann man auch ganz schön abstürzen. Warum war es das? Ja, da kann man auch ganz schön abstürzen. Ja, da kann man auch ganz schön abstürzen. Ja, da kann man auch ganz schön abstürzen. Vielen Dank.